Die ist dann zurückschicken, die V-80. Also die V-85 hat die V-80, das ist gleich hier vor den Lockschritten. Das darf ich nicht mehr. Das ist hier auch hier optimal. Hier kann ich die 41 bleiben. 44 ist übernommen. Gut. Soll ich denn die V-80 zurückschicken? Ja. Wir hätten auch eine V-80 anzubieten. Ja. Okay. Dann musst du die schicken. Okay, vielleicht auch noch bis jetzt. Okay, richtig, richtig, richtig. Ja, schießt. Alles klar. Ja, das ist nur richtig. V-80 kommt Stufe 3. Ja, ne, die müssen wir jetzt ein Stück zurück. Und ich danke dir, dass ich mich gesagt nicht mehr so war. Auf deprisein gekommen ist. Und ich sage euch gleich mal Praktik in der Hand aleck pants. Masch tickt! Und ich kann das wohl nicht mal drehen. Wie die machen.